Wir sind wieder zurück. Alter warte. Was ist ja jetzt los ey. Lass ich drin. Okay nochmal. Ja. Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play The Forest und ich bin auch wieder da und ja geil. Hey was geht? Ja doch. Doch doch das muss genau so. Ach cool. Das ist ein Effekt jetzt oben auf dem Dach oder was? Weiß ist ja auch modern, weißt du? So wie Marmor nur durchsichtig. Ja ich verstehe. Geil. Ja das ist schonmal. Aber guck mal hier drin. Wenn du hier in den zweiten Räumen laufst, das geht schonmal. Kann man machen. Ich komm ich komm ich komm. Ja. Oh ja schön. Schön. Ne? Also es wird langsam. Es wird langsam. Ja doch doch. Sehr gut sehr gut. So. Das Ding geht einmal komplett außen rum hab ich mir so gedacht und oben müsste eigentlich noch so ein schiefes Dach drauf. Also so ein Schrägdach mein ich. So ein normales Dach. Schrägdach. Ähm ich weiß noch nicht genau wie ich das dann machen will. Das weiß ich noch nicht genau. Ähm. Was wir auch brauchen ist einerseits Abwechslung im Let's Play. Und auf der anderen Seite hätte ich gern diesen komischen... Die Lochsäge hätte ich gern. Ich weiß aber halt überhaupt nicht. Das ist so schwierig zu sehen wo die hinstanz. Aber vielleicht sollten wir einfach mal in dieser Folge losmarschieren Erik. Komm. Ja haste recht. Haste natürlich recht Tobi. Ich weiß noch nicht genau wohin der Weg uns führen wird. Ist da ein Topp Wasser drauf? Ist das meiner? Ne ist es deiner ne? Ist meiner ja aber du kannst gern trinken wenn du durst was. Nö ne ne alles gut alles gut. Trink ruhig los. Trink das ruhig Erik. Nein Tobi es geht es geht. Na los trink ruhig. So. Trink ruhig das Wasser. Ja gut. Dann klar. Kann ich gar nicht trinken. Noch nicht. Kann ich so trinken. Ist noch Siff. Widerlich, was der Typ mir andrehen will. Sein ekelhaftes Siff-Wasser. Das ist meine Pässe. Oh. Was? Kann ich die jetzt hier... So, die Echse hatte ich noch, zufällig. Ey, den Lurch. Den Lurch. Entschuldigung, ist keine Echse, ist ein Lurch. Willst du jetzt trinken? Hast du Lust? Nee, 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 nee. Hab ich nicht. Oh. Ah, mein Topf. Oh. Das war knapp. Immer direkt E drücken. Ja, ich hab's auch gerade gemerkt, ey. Es ist wie in einer Dubstep-Disco. Kein Mensch sagt mehr Disco. Ja, das ist aber scheiße mit den Fischen. Das geht ja voll schwer. Nee, ja, du musst ein bisschen geduldig sein, bis sie wieder rankommen. Der da zum Beispiel, der schwimmt jetzt wahrscheinlich gleich im Kreis. Und dann erwische ich ihn nicht. Normalerweise geht's ganz gut. Und wir haben auf der anderen Seite auch noch mal ein paar Fische. Da kann ich da mal gucken. Da hab ich ja extra eine Lücke gelassen. Vielleicht hol ich da noch mal schnell, äh, was? Dass wir Essensvorreden haben, wenn wir nach Hause kommen. Hm? Ingolf-Lücke? Das ist ja noch die letzte Folge, Forrest. Ich kann einfach nicht mehr. Ah, fuck. Du stellst dich aber auch an. Ja, momentan echt. Wieso? Das gibt's doch gar nicht, Mann. Na, Tobi? Angler-Glück oder was? Ja, ich treff die ganze Zeit auf den Fisch drauf, aber ich krieg ihn halt nicht. Oh, hier geht's. Ah. Okay, das geht auch, aber durch den Zaun hindurch ist schwieriger. Ist schwieriger. Da ist schwieriger. Hm. Gut, gut. Schade. Ah, okay. Die Fische sind... Tobi, komm mal schnell rum, wir schlafen gleich. Tobi? Ja? Oh, ich dachte schon, das würde man bloß screenen, Alter. Nee, 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 nee. Ich schwimme gerade wie eine Elfe. Blub, platz, bumm. Können Elfen überhaupt schwimmen? Ich hab keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ich kenne keine Elfe persönlich, ehrlich gesagt. Will man ja auch vielleicht gar nicht. Gut. Ja, man weiß ja nie, wie die so drauf sind, weißt du? Nee. Vielleicht sind das doch wohl die Anti-Menschen. Laut Fantasy-Büchern ja immer sehr arrogant. Ja, hier, super nice, mal eben zwei Fische gesnackt, easy, am anderen Teich hier hinten. Cool, dann häng ich gleich mal zum Trocknen auf. Aber erst mal schlafen, oder? Schnell mal schlafen, komm. Tobi, schlaf mit mir, komm. Bist du bereit? Ja. Hier, ich hab mich schon mal reingelegt, komm. Ja, komm. Jetzt rein ins Loch, auf geht's. Ah, ja, schön. Oh, das Moos kritzelt. Das Moos kritzelt. Das sind meine Schamhaare, aber trotzdem. Ja, danke. Das ist eine Mischung aus beiden vielleicht. Aber genauso feucht. Moos an der Innenseite der Schenkel. Wenn man dann in ein gewisses Alter kommt. So. Aber es hat immer noch nicht geregnet, ne? Äh, doch, hat es. Hat es? Einmal, als du nicht da warst, jetzt gerade. Toll. So, die beiden nehm ich mit. Ach, super. Krieg ich hier noch einen? Ne, die sind jetzt alles... Da hinten, da spawnen die. Immerhin, jetzt schwimmen die alle auseinander. Also, wenn der Steg noch länger wäre. Aber dann kommen die U-Reinwohner natürlich drauf. Schwierig. Ja, das ist schon eine schwierige Entscheidung. So. Ähm. Tobi? Ja. Wie sieht's aus? Ich würde noch was essen. Haben wir noch was zu essen? Ansonsten esse ich jetzt noch schnell hier was. Okay. Warte mal. Den Fisch hab ich jetzt aufgehangen. Das ist doof. Also. Das war noch. Und dann... Ich hab halt jetzt nur ein Fleisch dabei, ne? Das ist nicht viel. Ich hab zwei Sachen dabei, aber wir können... Ganz ehrlich, wir können unterwegs auch. Ich hab ja auch kein Trinken momentan. Wir können unterwegs, aber gerne. Sollen wir einen Wasserschlauch? Ich muss mal ganz kurz gucken, wie man... Hier, Wasserschlauch. Hasenfellbeutel? Oh, zwei Hasenfeller geben einen Beutel. Das mach ich auf jeden Fall schon mal. So. Äh. Was kann man in den Beutel reintun? Äh. Blaubeeren zum Beispiel. Okay. Kleiner Steinbeutel. Da ist er mit einer Schnur. Hasenfellstiefel. Uh. Stockbeutel. Ein Wärme... Alter, der Wärmeanzug wird so teuer. Oh, ist der teuer. Und... Ein Köcher wär ganz gut für mich, aber dazu brauch ich drei Hasenfelle. Das heißt, ich muss... Ich muss demnächst echt mal sehr krass auf Hasenjagd gehen. Beutel hab ich schon. Okay. Echsenhaut kann man nix mit kombinieren, oder? Ne Tarnrüstung. Okay. Mutantenrüstung kann ich gar nix mit kombinieren. Hab ich aber auch noch. Kann ich anziehen. Sieht ekelhaft aus. Ich hab die auch angezogen. An der linken Hand hab ich da was von. Ja, das ist schon ganz gut. Ähm. Vor allem ist die stabilste Rüstung, die man haben kann. Mutantenrüstung. Guck mal, Alter. Ich hab da einen Finger auf der... Ihhh. Warte mal. Ich guck hier mal ganz kurz rum. Brennende Waffe. Ich kann mit Tuch einen Brennenden Stein machen, oder was? Okay, das wusste ich nicht. Ähm. Kannst du damit dann werfen, oder was? Weiß ich nicht. Handgemachte Axt brauch ich nicht. Also kann man machen. Sperrtasche. Wär mal ein Zug, Hasenfeldstiefel, kleiner Steinbeutel. Also einen kleinen Steinbeutel würde ich vielleicht auch machen, aber jetzt lohnt es sich jetzt glaube ich kaum noch. Schneeschuhe. Ein Wasserschlauch. Zwei Rehfälle. Ich hab leider nur eins. Ich kann dir noch eins geben. Oder zwei. Ja, das ist natürlich super. Oder brauchst du nur eins. Ich... Aber du brauchst doch selber auch einen Wasserbeutel. Ich hab sechs Rehfälle. Oh. Okay. Ja, dann gerne. Wo ist meine Mutantenrüstung eigentlich? Ach, am Bein, glaube ich. Wie war das nochmal? Wie kann ich jetzt was in diese Büchse hier reintun? Äh, Rechtsklick auf die Büchse. Dann geht das in die Mitte von Inventar. Und dann Rechtsklick aufs Rehfell. Hm? Ah, hier. Ja, sehr gut. Hier. Prima, vielen Dank. Dankeschön. Ein Träumchen. Nein, nicht Hasenfell. Was braucht man für das Rehfell nochmal? Ich hab nur ein Rehfell. Ich hab immer noch nur ein Rehfell. Oh, ich hab dir Echsenhaut gegeben. Okay. Warte. Ja, geil. Hier. Alles klar, vielen Dank. So. Rehfell. Du brauchst zwei Rehfelle und ein Seil. Und schon hast du einen Trinkbeutel. Geil. So. Entfernen. Mit dem Trinkbeutel hol ich mir erstmal drüben an den Schildkröten-Dingern. Hol ich mir mal kurz Wasser. Und trinke da auch was. Dann haben wir nämlich unterwegs auch ein bisschen Wasser. Das ist ganz gut. Mal ein bisschen ausgerüstet. Ist jetzt kein Muss. Boah, Alter. Was ist denn da für ein komischer Wind gerade? Ja, manchmal sind die Windböen hier echt extrem. Ja, eben einfach. Voll der Agro-Wind. So, Wasserschlauch ist voll. Dann... Trinke ich nochmal was? Woran sich denn, dass der voll ist? Du musst nur einmal durchziehen. Also einmal 10 machen, dann ist der voll. Okay. Sauberes Wasser, 100%. Cool. So. Äh, die Frage ist natürlich, Tobi. Oh ja, ii. Der Mutant hat einen Arm. Ii, sieht das ekelhaft aus. Da guckt auch noch so ein Finger raus. Ii, geht das als widerlich? Ja, komm. Komm mal her. Dreh dich mal um. Bück dich mal. Nein, das tue ich nicht, Tobi. Das ist echt widerlich. Können wir mal bitte uns irgendwann komplette Mutantenrüstung... Das machen wir irgendwann. Also irgendwann in diesem Let's Play werden wir uns komplett in Mutantenrüstung kleiden. Das wird richtig ekelhaft. Was braucht man dafür? Braucht man die Muschikläuse, ne? Wahrscheinlich. Also alle gehen. Alle gehen. Muschiklaus, Galoppelhainz, Trombosenjonas und die Neuen wahrscheinlich auch. Was denn? Der heißt einfach so. Da komme ich immer noch nicht drauf klar, ey. Der heißt so, da kann ich auch nichts machen. So. Also ich würde sagen, wir gehen einfach los, ne? Ja, irgendeine Richtung halt, ne? Na, Survival. Das war ja echt lame. Okay. Kann ich noch Echsen auch tragen überhaupt? Doch, geht. Okay, cool. Nehme ich mit. So, ich habe einfach Fleisch mitgenommen, weil ich dachte, das wird vielleicht unterwegs auf den Reisen, wenn die Echse so lange hält. Was ich nochmal mache, ist ganz kurz, wenn wir unterwegs sind, schieße ich auch ein paar Hasentogen. Ein paar geile... Warum fängt er an zu rennen, wenn er einen Bogen sieht? Oh, halt, da ist noch einer direkt. Nein! Oh nein, mein Bogen ist weg und meine Pfeile. Hä? Warum? Ich weiß es nicht. Wie kann das passieren? Ich habe keine Ahnung. Das ist merkw... Oh, der Pfeil ist gerade verschwunden. Das ist merkwürdig. Wahrscheinlich hat er es abgeschmiert, deshalb hat er das wahrscheinlich nicht gespeichert. Ja, weil meine Ausrüstung nicht gespeichert war. Der muss doch aber vorher schon wissen. Shit. Arschloch, Hase. Ah, Arschloch, Hase. Ich bin zu zögerlich. Okay, warte. Da ist noch ein Arschloch, Hase. Meine blöde Frage. Ja? Habe ich noch meine Knochenrüstung an? Warte, ich gucke gleich. Eine Sekunde, ich muss ja kurz ein Kaninchen überreden. Ja, mach mal. Ich habe ein Kaninchen adoptiert. Äh, nein, du hast noch die Mutantenrüstung. Die Knochenrüstung ist auch weg. Toll. Wow. Das ist doch scheiße. Ach, du musst wahrscheinlich zwischendurch auch speichern. Dann speicherst du wahrscheinlich deinen Charakter, oder? Ja, ja, genau. Äh. Okay, Tobi. Bist du bereit? Let's go. Neuer Eintrag auf der To-Do-Liste, okay. To-Do-Do-Do-Liste. Hallo? Nicht abstürzen. Von Opel? Ja, bei mir auch. Warte mal, ich will erst mal lesen, was auf der To-Do-Liste jetzt steht. Ja. Da steht geschrieben. Ah, das könnte die Höhle der Anwälte oder die hängende Höhle sein. Es wird auf jeden Fall die der Anwälte sein. Die hängende kann es nicht sein, weil ich auch einen neuen Eintrag bekommen habe. Okay. Ich könnte bei mir mal kurz gucken. Warte mal. Ach, nee, warte mal. Hier. Äh. Hier ist die To-Do-Liste. Ja, das ist die Höhle der Anwälte. Alles klar. Na, dann mal gucken. Wir brauchen zufällig noch einen guten Anwalt. Oh, Alter, die Fledermäuse. Die sind aber nicht losgeflogen. Die hängen bei mir hier alle noch. Nur eine ist gerade losgeflogen bei mir. Okay. Super random. Oh, ein Kochtopf. Oh, Hilfe ist das tief. Leuchtfackel gesammelt. Hier sind Snacks. Und zwar ohne Ende. Oh, hier kann man speichern. Ich speicher. Ah, man kann die Töpfe nicht mitnehmen. Man kann nur Lurchfackeln sammeln. Okay, Lurchfackeln. Wo sind Snacks? Ich speicher. Ich speicher auch mal ganz kurz. Sicher ist sicher. Sigi, Sigi. Mal gucken, wo wir hier rauskommen. Hallo? Hast du keine Snacks bekommen? Nee. Aber wir haben die doch... Wir können doch beide alles looten. Normalerweise hätte ich jetzt doch auch Snacks kriegen müssen. Eigentlich ja. Keine Ahnung. Ich habe noch dabei, aber... Ja, gut. Dann habe ich jetzt natürlich reichlich. Tschüss, Tobi. Tschüss. Wee. Sagst du, was da unten so ist, ne? Wow. Oh, Gold und Juwelen. Ich komme mit meiner Mutantenrüstung. Ganz vorsichtig klettert er herab. Hui. So, hier geht es nochmal weiter nach unten. Ich muss sagen, die Höhlen hier erinnert mich immer ein bisschen an Skyrim. Oh. Oh. Wir haben einige Babys da unten. Ey, aber was finden die denn jetzt so lustig auf einmal? Weiß ich nicht. Können die hier hochkommen? Nee, nee, nee. Das Problem... Huah! Huah! Oh Gott! Oh Gott, Alter! Oh Gott, Alter! Zum Glück habe ich gerade gespeichert. Das Problem ist, wir können aber auch nicht runter. Das ist ja jetzt aber doof. Lass mich doch kurz was ausprobieren, bitte. Was denn? Warte. Ja. Kleinen Moment. Willst du die Fackel runterwerfen? Ja. Ob das funktioniert, ich weiß ja nicht. Nee, geht nicht. Schade. Also mal gucken, wenn die weiter nach hinten gehen, probiere ich was. Aber das scheint momentan ein Ding, der möglich... Boah, Schwodka. Ach, warte mal, hier wird vielleicht... Nein! Hahaha! Lass mich raten, du hast den Molly runtergeschmissen. Nein, ich habe eine Leuchtfackel runtergeschmissen, die noch nicht an war. Alles klar. Die Leuchtfackel verbrennen auch niemanden. Nee, aber vielleicht hätte ich das abge... Also wenn die dann weggelaufen, weißt du, so ein bisschen. Problem ist, die sind halt genau hier drunter und man kann da auch nicht hinwerfen. Oder kann man? Pass auf, ich probiere mal. Vielleicht brenne ich gleich selber. Ich gehe mal in Deckung. Oh. Toll. Wow. Guck mal, das Baby rennt aber dahin. Ja, nee, ich komme da nicht hin. Das... Das geht... Es geht aber nicht. Ich komme nicht dahin, wo die... Wo die da warten. Wenn wir beide ein bisschen zurückgehen? Ich meine, die sehen uns daher nicht. Wie viel Alk habe ich noch? Ah, naja. Ja, nee. Ja, komm, lass doch runter marschieren. Das sind aber Weiße, die machen übel Damage. Machen die? Ja. Also, das sieht zumindest aus wie Weiße. Wir können natürlich einfach runter marschieren, aber es ist halt wirklich wie Selbstmord. Die snacken dich halt schon an der Leine ab. Wenn die einmal kurz nach hinten laufen würden, Mann. Ich gehe nochmal eine Leuchtfackel holen. Hast du... Oder hast du eine Leuchtfackel? Ich habe Leuchtfackel, aber ich glaube, die bringen nicht viel. Obwohl, die haben... Theoretisch haben die Angst vor Rot. Ich weiß nicht genau, ob das was bringt. So. Wie kann ich die entzünden? Mit L wahrscheinlich auch wieder, ne? Nee. Nicht. Ah, rechte Maustaste. Ja, hallo, meine beiden Freunde. Oh, nee, jetzt bleibt doch zusammen. Hä, warum schreit denn der jetzt so? Weil der brennt, bei mir. Ja, ja, aber das muss man sich übertreiben jetzt, oder? Ich weiß auch nicht. Guck mal, der hat gerade geschlafen. Ja, aber echt. Kann er doch einfach weiter schlafen. Der hat wenigstens anstand, der ist sofort gestorben. Der andere nicht. Also, das ist ein weißer und ein... Das ist jetzt keine Hautfarbenfeststellung. Die sind so angemalt. Wobei, ich weiß gar nicht, ob die angemalt sind, ob das wirklich so ist bei denen. Ich habe keine Ahnung. So. Wir sparen uns mit in diesem Let's Play politische Diskussion. Darüber, dass die weißen stärker sind. Ähm. Ja, soll ich runtergehen? Aber ich habe Angst, dass ich da sterbe, Tobi. Ich komme hinterher, also ich bin sofort da. Ich glaube, ich würde alles verlieren. Hm. Warte, 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 warte. Wir versuchen ja gerade nur, den Weg freizukriegen. Let's go. Toll. Der ist schon von der Flasche gestorben. So, jetzt müssen wir natürlich noch mal gucken, dass die One-Hit-Babys, äh... Tobi, ich gehe runter. Oh, ich dachte gerade schon, du fliegst runter. Du bist bei mir nämlich voll komisch rumgebackt gerade. Oh, Alter. Ist das in der Wand auch tot? Oh, Alter. Nee. Gut, theoretisch können wir hier noch mal... Der ne Wand lebt noch. Oh. Huf. Oh, Alter. Boah, ist das... Das ist der Vollhorror, der guckt aus der Wand gekrabbelt, Alter. Oh, ich habe fett Rüstung verloren durch das Baby. Ich würde mir gerne noch mal ganz schnell ein Lagerfeuer machen. Das Problem ist natürlich, hier unten ist das ein bisschen schwieriger. Wollen wir ein großes machen? Nee, komm, ich mache ein kleines. Das zerbricht zwar irgendwann, aber das ist dann nicht so teuer. So. Dann würde ich mir gerne noch ganz kurz ein bisschen Rüstung machen, weil das war jetzt halt... Das war ein Abstieg direkt, das ist natürlich echt doof. Dass man da so ein Begrüßungskomitee hat, ist... Ja, weiß ich nicht. Schwierig. So. Aber dafür ist hier freigeräumt, wenn die hier respawnen, ne? Ganz ehrlich, dann schreibe ich den Entwickler an und mache da richtig bösen Brief, Tobi. Ist aber auch... Ist ein bisschen romantisch gerade, ne? Ja, ja, ja doch. Das stimmt schon. Der Geruch von verbranntem Fleisch. Hat aber so ein bisschen was Döneriges. Ja. Ist richtig, ist richtig. Da hocke ich mich mal hin. Och, Mann, Tobi. So ein Feuerschein in der Höhle siehst du richtig... Siehst du auch richtig schön aus, einfach. Danke. Wollen wir, wenn das Feuer ausgeht. Was? Okay, ja, sehr gut. Guck mal hier. Schmackhaft, Mann, schmackhaft. Ich spiel mal kurz Basketball. Du, 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 du. Ähm. Was ich noch habe, ist übrigens hier einen rohen Hasen. Kann ich mal auf den Grill legen. Hast du Hunger? Bisschen? Ich hab... Ein Fleisch hab ich noch dabei. Ich pack trotzdem mal rohen Hasen nochmal drauf. Hab ich mal gemacht gerade. Weil einfach das Feuer gerade da ist. So. So. Okay. Cool. So, Tobi. Ah, isst deinen Hasen bitte. Ah, ja. Ah, sehr gut. Jetzt fühle ich mich auch wieder ein bisschen vollständiger. Gut. Ja, dann, äh, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Dann lassen wir, können wir mal weitergehen. Mal gucken, was hier so auf uns wartet. Wir sind übrigens bei 20 Minuten. Ich weiß, ich hab's gerade gesehen, aber ich wollte noch nix sagen. Okay. Wir könnten Arschläger sein, das weißt du. Ja, sind wir natürlich auch bei Nature einfach. Das ist richtig. Oh, da vorne sind Lichter. Ich weiß nicht, was da vorne auf uns wartet, ne? Ich hab keine Ahnung. Nö, das sind einfach nur Lichter. Okay. Lichter, Lava, lecker. Oh, apropos, lecker. Hier sind lauter Fische drin. Oh, cool. Aber komm mal da dran, die schwimmen so tief. Boah, man sieht halt gar nichts unter Wasser. Du bist gerade dran geschwommen. Ich dachte gerade, oh, da kommt aber ein dicker Fisch. Ich dachte wirklich gerade, das wäre ein Fisch. Ja, nee, weißt du, also, nee, so ganz ehrlich ist es. So nicht. Hey, hilf, ich kann nicht mal aufhören. So, ich geh dann schon mal voraus. Oh, krass, was ich alles gefunden habe, Tobi. Heftig, heftig, Alter, ich seh's gerade. So, ja, bei mir auf dem Channel kannst du gerade gucken. So. Der wird niemals alt. Nee. Oh, oh. Vorsicht, bleib zurück. Mal gucken. Das ist jetzt sch... Hä? Sind die gerade despawned? Hä? Bei mir waren gerade noch zwei Dinger da und die sind jetzt... Einen hatte ich auch gesehen. Hä? Was ist... Was ist das? Was macht die da? Wie, die Lacher. Hä? Guck mal, die sind einfach umgedreht. Die liegen auf dem Rücken. Äh. Nein. Ja, der Bogen ist hier nicht so cool. Vorsicht, Tobi. Ich komm. Ich komm. Oh, ja, ich muss gar nichts machen. Cool. Äh. Ach, auf den Grill geht er nicht mehr. Der Grill ist oben, ne? Ja. Aber wir könnten hier noch einen kleinen machen. Vielleicht. Wenn du noch Ressourcen hast, äh, dann gönn dir. Ja, komm, wir sollten vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Aber wir können die schon mal mitnehmen. Wir nehmen die einfach mal mit. Komm, wir schultern die. Die haben ja auch eine Restkörperwärme. Ist für die Höhle ganz gut. Wenn ihr auf langen Höhlentouren unterwegs seid und ihr habt zufällig Leichen in der Nähe, frische, ähm, Restwärme. Großes Thema. Alter, was ist das denn? Äh. Oh, ich klaue dir erstmal die Uhr. Oh, lauter Geld. Hier liegt lauter Geld. Oh, 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 oh. YouTuber Lootfinger. Ding, 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 ding. Ähm, Tobi. Ja? Leg ganz langsam deine Leiche hin. Oh. Da hinten wird geschlemmt. Und einer hängt noch an der Decke. Guck mal, an der Decke hängt auch einer. Ah. Das sind echt viele. Wir sollten abhauen. Tobi! Warum schreien die denn so? Ich weiß auch nicht, was bei denen so Phase ist. Kämpfst du gegen die? Nee, die kommen ja nicht mal. Also, kann man die einzelnen pullen vielleicht? Ich glaub nicht. Weil gegen fünf auf einmal möchte ich auch nicht. Hey du Arsch. Vorsicht, da kommt noch einer. Na komm, du stirb halt. Ja, fein. Der nächste? Hey, bleib doch mal hier. Oh, hallo. Wir sollten hier unbedingt einen Grill aufbauen, Tobi. Das lohnt sich richtig. Wir machen hier richtig Profi. Alter, ich mach hier einen richtigen Hähnchen-Grill. Da kommt er, da kommt er. Ey. Mein Penis. Was ist denn mit euch los? Bleib doch mal stehen jetzt. Warum seid ihr denn so hektisch? Boah Asha. Oh nein. Oh, die haben schon wieder fucking Babys hier. Ich werd dauernd von Babys. Vorsicht. Da kommt das nächste Baby. Wo kommen die ja alle bloß her? Ey, vielleicht ist das Karma, dass du immer von den Babys angegriffen wirst. Ich hab keine Ahnung. Ich hab noch nichts getan. Achtung, Baby. Vorsicht, von rechts. Ja, diesmal bin ich ausgewichen. Du stirb halt endlich, komm. Komm, ich semmel da auch nochmal mit rein. Schön fett reingesemmelt. Oh, schön. Du musst da jetzt nochmal in den Penis, zack. Hä, die haben gar keinen. Oh, stimmt. Hä, warum haben die keinen Penis? Boah, die haben fett Armandohren hier die Leichen alle. Und hier liegt nochmal Geld rum, geil. Oh, lecker, lecker. Schmeckt. Was? I love travel. Das T-Shirt, Alter. Das T-Shirt ist so bitter. Was ist das Böse? Ah, Koffer haben wir auch. Aber ich finde, wir sollten erstmal ein Lagerfeuer machen. Guck mal, guck mal, guck mal, wie er tanzt. Guck mal. Bei mir tanzt der gar nicht. Oh, da kommt bei mir Geld raus, wenn du da rein schlägst. Das ist ja wirklich ein Piñata. Oh, geil. Dann mach ich doch gleich weiter. Mal gucken. Boah, Alter. Oh Gott. Und hier wird dann blutig die Leiche. Oh Gott. Das ist ja furchtbar. Ich finde, die Bluteffekte erinnern mich immer ein bisschen an Bioshock, ne? Da sind die Bluteffekte auch so übel. Ja, das stimmt. Als wäre man plötzlich eingerieben im Blut, weißt du? Eigentlich voll schlecht, aber irgendwie auch cool. So, warte. Ich mach hier nochmal ein schönes Feuerchen. Ich mach das hier mal in den Durchgang. In der Hoffnung, dass nächstes Mal vielleicht... Ja, nice. Die kosten nur noch zwei Holz. Die sind günstiger geworden. Cool. Das ist echt cool. Da hau ich doch mal ein bisschen Geld rein, wa? So, ich mach hier mal... Hier. Hau ich mal einen Fuffi rein, ne? Gar kein Problem. Ja, sehr gut. Also ich würde dann die Leichen nach und nach jetzt verbrennen für Knochen. Ja. Und ich brauch auch schon wieder Rüstung. Wie viele Punkte hast du bei dir auf der Rüstungsskala? Einen nur. Oh, dann brauchst du auch unbedingt. Dann mach ich uns beiden einfach. Ich hab ja nur diese scheiß Mutanten-Dingste. Der andere ist ja leider weg. Ach ja. Stimmt ja. Da zieh ich erst mal ein neues Outfit an. Oh. Wenn man hier reinguckt, wir brauchen unbedingt das Tauchgerät. Alter. Wir brauchen unbedingt das Tauchgerät. Wo kriegt man das? Früher hätte ich ja die Höhle sagen können. Inzwischen wurde das aber so oft gemovt. Ich muss... Ich muss mich da... Ja, wahrscheinlich muss ich mich schlau lesen. Sonst müssen wir halt wirklich alle Höhlen absuchen. Was theoretisch nicht schlecht ist. Aber man kann sich halt auch gar nicht merken. Finde sauberes Wasser zum Trinken. Das Wasser sieht doch hier mega sauber aus. Das müsste doch eigentlich sauber sein, oder? Theoretisch ja. Sollte man denken. Man kann es aber auch nicht trinken, leider. Oh, diese Schädelnerven. Hätte ich mal die Schädelfackeln schon gebaut. Ich nehme mal die Knochen mit, ne? Bevor die despawn. Ja. Ist sehr gut. Soviel habe ich. So. Tablett. Wir haben vier Stück. Machen wir mal zwei, zwei, ne? Jo. Ok. Tobi? Ja, warte. Ich komme, ich komme. Ich habe mal jemanden gefunden. Hm. Ah, nice. Zack. Ja, da kann ich auch nochmal machen. Hier, bitteschön. Es ist serviert. Nummer eins. Dann, warte. Da kommt noch was. Na geil. Hier nochmal zwei. Dankeschön. Super. Und die ziehe ich dann selber an. Tragen, tragen. So. Geil. Und aus dem mache ich dir dann, weil du hast ja weniger Punkte. Dann mache ich dir einfach den Rest noch irgendwie. So. So. Ah, schön hier. Mag ich. Schon so ein kleines tropisches Idyll hier. So, nochmal ein bisschen Geld reinpfeffern, damit das nochmal aufflammt. Weißt du, am Anfang habe ich mich geärgert. Ah. Willst du mir deine Knochen auch noch spenden, oder? Hm. Sieht so aus. Alter, die Maske. Hm? Boah, die Maske, wo du auf hast. Wie geil. Ah. Bin ich schon soweit? Cool. Ja, Mann. Wobei, ich habe eigentlich zu wenig für eine Maske normalerweise. Egal. Komm, ich mache die auch mal. Das waren zu viele, glaube ich. Achso. Ja, das waren zu viele. Oh, ich habe auch noch sechs Knochen, sehe ich gerade. So. Oh. Ich bin sehr schlau. Warte. Ist das meine Maske? So. Hier. Okay, das ist ganz komisch. So. Hier, bitteschön. Schön, danke, schön, danke, schön. Jetzt müsstest du auch wieder vier Punkte haben. Wir weiße und einen lila, ne? Genau. Okay, cool. Soll ich dir meine sechs Knochen noch geben? Dann, du brauchst die, glaube ich, eher machen bei ich, ne? Nee, du kannst ja auch selber Rüstung draus machen. Okay. Das ist okay. Also, ist ja Wurst. Du springst ja auch öfter mitten rein. Okay. Ja, dann würde ich sagen, guck mal den Rest von der Höhle einfach in der nächsten Folge an, ne? Oh, so, ist schon wieder Zeit, ne? Ja, wir haben schon wieder eine halbe Stunde rum, Erik. Ja, hossa die Waldfeder. Es geht so schnell, wenn man Spaß hat. Ja, Rest der Höhle, nächste Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao mit Frau. Tschö. Tschö.